Doch, ich finde schon, der Preis ist angewendet. Naja, wenn Sie so davon überzeugt sind, dann machen Sie mal. Ja, gerne von Heimann. 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 Na, Frau Neumann? Sieht das nicht gut aus? Oh ja, so gefällt mir das auch. Sehr sogar. Hoffentlich komme ich zu Hause da auch so gut mit zurecht. Oder sehe ich überhaupt keine Probleme drin? Ich werde Ihnen genau erklären. Das ist überhaupt kein Problem. Frau Neumann wird keine Mühe haben, sich zu Hause ihre Frisur selbst zu machen.